Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Heute mal ein bisschen anders, weil es kein separates Bitcoin Video gibt. Deswegen fangen wir an mit Bitcoin und dann gehen wir ganz normal wie immer los mit den Forex Märkten, mit natürlich den traditionellen Märkten, mit dem DAX, mit Gold und sowas weiter. Aber wie gesagt, heute erstmal mit Beginn zu Bitcoin und dann wie gesagt der Rest wie immer. Auf jeden Fall bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale, auch natürlich sowas wie hier, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Telegram, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, wenn ihr Bock habt euch den Podcast zu geben, die neue Folge ist online, woran scheitern Kryptoneulänge, gerne bei Spotify und bei Apple vorbeischauen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und was ich auch nochmal ganz kurz anmerken möchte, das habe ich dann hier schon gepostet, es gab eine kleine Umstellung. Wenn ihr euch über den Link bei mir wegen BingX registriert, wo ihr weiterhin den 20 und 30 Free USDT Bonus zum Traden bekommt, ohne dass ihr im Endeffekt irgendwie dieses Handelsvolumen erreichen müsst. Es gibt eine ganz ganz kleine Änderung und zwar aufgrund massiver Bot-Angriffe. Müsst ihr jetzt mittlerweile 100 USDT einzahlen, keine Sorge, die 100 USDT müssen nur drauf sein. Die Bonusse werden gut geschrieben und nach dem Bonus, wenn ihr die verwendet habt oder die gut geschrieben ist, könnt ihr es theoretisch wieder auszahlen. Aber nun mal so, das ist eine ganz ganz wichtige Änderung. Es gab hier massive Bot-Angriffe aus Russland etc. pp., die einfach diesen Bonus ausgenutzt haben. Deswegen jetzt diese kleine Änderung. Link ist dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Bitcoin wird nur relativ kurz, weil sich gestern seit dem Update-Video wenig getan hat. Wir sind weiterhin hier in so einer kleinen Seitwärtsphase. Wir schauen uns das Ganze mal auf einen 1-Stunden-Timeframe an und machen dazu den Traders-Reality-Indikator an. Und da sehen wir auch, wir haben eine ganz ganz enge Psy-Range wieder gebildet. Die befindet sich hier zwischen 30.400 und 30.650 USD. Hat sich wenig getan. Wir haben weiterhin diese massiven Wigs nach oben und nach unten hingebildet. Einerseits den hier unten bei ungefähr 29.500. Sollte der gefüllt werden, gehe ich stark davon aus, dass wir hier unsere Chance Richtung 29.200 bis 28.800 USD bekommen. Das wird weiterhin unsere Verdoppelung sein von unserer ziemlich großen Long-Position, die weiterhin offen ist. Also hier unten wird die dann wieder verdoppelt. Ansonsten Short-Szenarien habe ich momentan keins. Ich schreite hier eher immer weiterhin davon ab, dass wir hier oben nochmal dieses hochshorten und warte dann ganz ehrlich eher darauf, dass wir Richtung 31.800 oder 32.400 USD gehen. Der Rest ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Auch jetzt hier das Golden Pocket. Ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein von diesem Dumpets hier. Wir befinden uns jetzt schon ewig oder ich sage jetzt mal seit gestern hier die ganze Zeit an diesem Golden Pocket. Das heißt, die Liquidität ist hier raus. Jetzt noch hier reinzuschorten macht wenig Sinn. Es gibt nur zwei Szenarien für ein Short-Szenarien und beziehungsweise ein Szenario. Und das liegt weiterhin hier oben zwischen 31.000 und 31.300 USD. Das sind die zwei signifikanten Wigs mit den meisten Volumen jetzt die letzten Tage. Dort könnten wir uns ein Short überlegen. Ich persönlich nehme aber davon immer immer mehr Abstand, weil ich dann glaube, dass wir einfach nochmal komplett durchballern bis ungefähr 32.400 USD. Ansonsten Long-Szenario hier unten, Short-Szenario dann hier oben. Mehr gibt es hier momentan nicht zu sagen. Deswegen kein separates Video. Deswegen hier am Anfang des Marktausblicks. So, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Marktausblick und starten mit dem DXY wie immer gerne. Hier haben wir diese Woche eine ordentliche Erholung gesehen. Da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das Golden Pocket so der erste Anlaufpunkt wäre. Beziehungsweise, dass wir uns hier wahrscheinlich nochmal aufhalten würden. Und genau da hat er auch im Endeffekt gefunden. Wir hatten eine Bullish Divergence auf dem Daily, auf den kleineren Timeframes. Haben dann erst einmal die Widerstände nach oben hin durchbrochen. und befinden uns jetzt hier so ziemlich nah wieder an dem letzten Hochpunkt, den wir aber bisher noch nicht überwunden haben. Deswegen weiterhin eher noch ein bisschen so diese Downtrend-Gefahr beim DXY, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen sein könnte. Trotz eben dieser, sag ich mal, Fortwärtsbewegung und diesem höheren Tief derzeit. Also ich würde momentan erst einmal bis Mittwoch nicht darauf wetten, dass wir hier noch steigende Kurse sehen. Wir gehen gleich nochmal auf die News ein, dann versteht ihr möglicherweise auch warum. Deswegen bleibe ich hier erstmal noch ein bisschen bearish, dass wir hier möglicherweise erstmal noch eine kleine Seitwärtsphase beim DXY zwischen 103,3 und 102,5 US-Dollar jetzt erst einmal sehen. Also hier, erst einmal Seitenlinie, kein Long offen, beziehungsweise ich glaube manche haben hier unten den Long mitgenommen im Golden Pocket, beziehungsweise zwischen Golden Pocket und 0786er. Da bleibe ich jetzt erstmal weg. Wir gehen lieber rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar, weil da gibt es zwei signifikante Änderungen. Einerseits, unser Short-Entry wurde ausgestoppt, mini-minimal, also hier oben, dieser WIG hat uns dann gekillt. Der Stop-Loss war hier oben bei den 10997, habe ich ja letzte Woche im Video gesagt. Und ja, wir wurden dann minimal ausgestoppt, deswegen läuft jetzt nur noch der Long. Dafür wurde der Long verdoppelt hier unten bei den 1085, wurde verdoppelt. Danke, haben nochmal eine Aufwärtsbewegung, erster Take-Profit erreicht und momentan unser Gesamt-Entry liegt hier unten bei den 1,08. Also wir sind momentan hier noch relativ safe. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 4-Stunden-Timeframe an und dadurch, dass ich jetzt erstmal nicht davon ausgehe, dass der Dollar erstmal weiter pumpt, wird sich dann entscheiden, Mittwoch, Donnerstag, wie gesagt, wenn wir die News angucken, bleibe ich auch erstmal in dieser Position. Der zweite Take-Profit wird auf jeden Fall hier oben erreicht bei 10965. Dort oben würde ich auf jeden Fall den zweiten Take-Profit nehmen und ich würde gerne hier oben wieder einen Short hatchen. Das heißt, wir haben zwei Take-Profits dann von unserem Gesamt-Long-Entry beim Euro-US-Dollar gehittet und dann würde ich hier oben gerne einen Short reinmachen. Warum? Hat einfach den Aspekt, wir befinden uns in so einem kleinen übergeordneten Downtrend. Also so die letzten auf dem 4-Stunden-Chart, wo wir uns derzeit befinden, tieferes Tief, kein höheres Hoch derzeit mehr gebildet. Also das heißt, die Abwärtsstruktur ist hier schon in Gange und es würde sehr, sehr gut passen, ihr seht hier das Volumen-Cluster hier oben in diesem Bereich, dass wir uns hier in diesem Bereich eben nochmal fortbewegen, nochmal versuchen jetzt die nächsten Tage hier nochmal hochzukommen und dann würde ich gerne einen Short hatchen. Das heißt, mit 50% der Position, die noch offen ist bei dem Long, würde ich hier einen Short wagen und dann eben gegebenenfalls die Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen, sollte dann der US-Dollar aufgrund eben der News wieder etwas nach oben hin pumpen. Stop-Loss können wir eigentlich auch gleich festlegen. Also Entry würde ich auf jeden Fall hier oben in der Region um 1,094 machen und dann den Stop-Loss auf jeden Fall über diesen letzten Hoch beziehungsweise hier oben in die Supply-Zone reingehen, dann haben wir 0,5% Risks. Das ist absolut human für diesen möglichen Short, denn wir haben auf jeden Fall einen Chancenvergleich von ungefähr, ich sage jetzt mal mindestens das Tief hier unten von 1%. Das heißt 1 zu 2 bei Forex finde ich eigentlich ganz okay. Und das wäre so der erste Trade, den wir auf jeden Fall nächste Woche dann in Angriff nehmen könnten. Dann gehen wir rüber zum Dow Jones, 34.400 Punkte. Wir sind hier durch jeglichen Widerstand durchgebrochen, also die Erholung hat sich erst einmal fortgesetzt auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wir schauen uns das Ganze aber nochmal auf dem Daily-Timeframe an, wie sieht es dort aus. Tieferes Tief haben wir nicht erreicht, wir haben nur die Liquidität hier in diesem Bereich hier abgeholt. Golden Pocket daraufhin komplett durchbrochen. Natürlich auch momentan so Apple und sowas ziehen halt extrem. Apple-Neues hoch mittlerweile erreicht, also jetzt auch schon seit Jahresbeginn über 50% zugelegt. Das ist wirklich krass, was da momentan abgeht. Aber wir kommen halt jetzt auch hier wieder in einen signifikanten Widerstandsbereich. Wir gehen wieder auf den 4-Stunden-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Also wir hatten beim letzten Mal hier oben Probleme bei den 34.600 bis ungefähr 34.660. Das sind so unsere nächsten Ankerpunkte, auf die ich jetzt erst einmal wetten würde und einen möglichen Short dann sogar setzen würde. Hat einfach den Aspekt, wir haben ja noch sehr, sehr viel Liquidität hier drüber. Es wäre ein perfektes Doppeltop, wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen. Errors natürlich wieder komplett am eskalieren und dann zumindest mal eine Korrektur sehen. Die Korrektur sollte dann aber nicht größer sein als das Golden Pocket. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz davon aus, dass wir hier oben wieder stoppen. Vielleicht ein bisschen höher. So in diesem Bereich, wo unsere Ineffizienz noch auf uns wartet. Und dann würden wir eine Korrektur bis ungefähr 34.000 Punkte bekommen. Wäre nicht bearish. Wir würden ein höheres Tief wieder bekommen und könnten dann gegebenenfalls durch wieder positivere News weiterhin nach oben durchbrechen. Zwecks Short Setup würde ich jetzt erst einmal sagen, wir versuchen das Top hier oben zu shorten mit einem Stop Loss hier über dieser grünen Box. Weil das ist unsere massive Widerstandsbox, auch noch mit einer Ineffizienz hier oben. Aber das müssen wir uns dann ganz genau anschauen. Und sollten wir eine fette 1-Stunden-Candle kriegen, die deutlich über diesem Hoch schließt oder sogar hier über der Marke von 34.940 Punkten, lassen wir den Short. Also auch hier würde ich euch dann raten, einfach in die Talk- und Signalgruppe reinzukommen, beziehungsweise in die Signalgruppe, wenn ihr da irgendwelche Updates wollt. Weil jetzt schon mal sich darauf festzulegen, kann sein, dass wir am Montag extrem Bulle starten. Keine Limit Orders, wir gehen hier auf jeden Fall Market rein, weil dann würde ich eher darauf spekulieren. Und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen rüber. Die grüne Box ist nämlich im Endeffekt hier das komplette Void, was wir hier gebildet haben. Das wird dann doch erst bei den 35.355 Punkten reingehen. Und das macht dann schon massiv Unterschied, weil da ja unser Stop Loss dann nochmal viel, viel enger gezogen werden kann. Das heißt, unser Chancen-Risiko-Verhältnis ist einfach, ich würde jetzt einfach mal sagen, zehnmal besser, als wenn wir jetzt hier dann im Endeffekt über diesem Top shorten. Also es wird ganz, ganz interessant werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir diese Woche hier unseren Short Entry auf jeden Fall bekommen. Entweder bei 34.640 oder dann eben erst bei 35.300 US-Dollar. Und das macht halt wirklich eine Menge aus. Also wenn wir hier einfach mal die Prozente verschieben, wären wir statt 2,6 nur noch bei 0,72. Also einfach mal deutlich, deutlich besser, 66% bessere Entry. Aber gut, schauen wir mal. Gehen wir rüber zum SPX. Haben wir leider nicht die Korrektur bekommen, wie ich es erwartet habe. Also wir haben den Abtrend hier unten nicht mehr getestet. Schade eigentlich, das wäre unser Long Entry gewesen. Ihr könnt euch daran erinnern, das war hier letzte Woche unser Setup. Hat nicht gezogen. SPX aber leider nicht so bullisch wie der Dow Jones. Wir haben aber drüber geschlossen. Das ist schon mal ein bullisches Zeichen für die nächste Woche. Wir haben natürlich übergeordnet noch unser Ascending Triangle, wo wir darüber gesprochen haben, dass das Ziel auf jeden Fall die 4.546 Punkte ist. Passt auch sehr, sehr gut eben mit dieser Range, die wir hier vorher hatten. Widerstandsrange und hier oben kommt der nächste Widerstandsbereich auf uns zu. Also auch hier würde ich jetzt erst einmal nicht shorten. Ich gehe eher davon aus, dass wir das Preisziel sogar erreichen. und uns dann einen Short Entry zwischen 4.550 bis ungefähr 4.600 Punkte holen. Vom Stop Loss her, schauen wir uns das Ganze auch mal an. Würde ich gerne hier den Stop Loss auch hier hochsetzen bei 4.700 Punkte. Wären auch 2,67 Prozent. Wäre relativ viel. Also auch hier schauen wir uns dann ganz genau die Struktur an. Volumentechnisch haben wir hier über diesen Top nicht wirklich viel. Deswegen ist es möglich, dass wir vielleicht sogar die Unterkante shorten und einen relativ tighten Stop Loss dann machen. Aber ich gehe wie gesagt davon aus, dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen steigen und dann gegebenenfalls auch im RSI hier eben diese Bearish Divergence da nochmal bilden mit den nächsten 4 Stunden Candles und dann hier oben unsere Rejection kriegen und dann diese Korrektur in Richtung 4.200 Punkte bekommen. Auch vom hier Chancenvergleich mal wären 7 Prozent Crash. Wäre schon relativ viel, aber aufgrund der News, die ich jetzt gleich sage, könnte das möglicherweise auch ein bisschen eintreten oder mal ein bisschen bearischere Stimmung wieder einkehren. So, dann gehen wir rüber zum Nasdaq. Auch hier wie gesagt durch Apple, Microsoft und so alles momentan sehr, sehr stark am Pumpen, was hier abgeht. Haben wir auch nicht die Korrektur bekommen. Die Korrektur gab es aber nur minimal. Wir sind nicht hier runter in diese grüne Box bekommen. Würde ich aber weiterhin so als Plan feststehen lassen. Also ich gehe davon aus, dass wir früher oder später hier nochmal runterkommen Richtung 14.000 Punkte. Das Golden Pocket hat dem Nasdaq keine Probleme gemacht. Deswegen auch hier erstmal kein Short-Szenario. Da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, dass ich jetzt hier erst einmal Abstand nehme von irgendwelchen Shorts, weil der Nasdaq auch volumentechnisch sehr, sehr zugelegt hat und wir einfach durch das Golden Pocket drüber gebrochen sind. Die nächsten Hochs, die jetzt hier noch zustande kämen, das schauen wir uns auch mal an. Wir machen das Golden Pocket mal ganz kurz raus. Der Übersichtlichkeits halber ziehen uns hier einerseits diese Linie, das ist das letzte Hoch, auf das es ankommen wird. Da waren wir auch schon mal, wurden schon mal Rejected leicht. Also auch hier besteht dann so im Laufe der Woche die Chance für einen Doppeltop einerseits und natürlich auch eine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Zwecks Stop-Loss müssen wir hier aber ein bisschen mal gucken, wie wir den setzen, weil der nächste signifikante Widerstand wäre dann hier oben, beziehungsweise diese Bruchstelle hier. Ah doch, hat er nicht gezogen? Oder hat er gezogen? Ne, die Bruchstelle hat er nicht gezogen. Auf jeden Fall, das wäre hier der nächste Ankerpunkt, wo ich dann auf jeden Fall den Stop-Loss drüberlegen würde. Kriegen wir die Bearish Divergence rein, wären das auch 2,5% Risks, die wir hier gehen würden. Müssen wir uns dann ganz genau anschauen, warum genau hier. Wir hatten hier Widerstand, wir hatten hier Support und auch hier in diesem Bereich noch so eine kleine, ja, so eine kleine Ineffizienz mit einem kleinen Void befindet sich hier auch noch. Also der Stop-Loss muss auf jeden Fall da drüber. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir uns die Oberkante hier noch holen, dass wir den Stop-Loss genau hier oben verschieben können. Zwar mit gleichem Risk, aber deutlich, deutlichere Chance für dann eben den Short. Das heißt, Montag, Dienstag und vielleicht noch dem Mittwoch gehe ich erstmal noch von steigenden Kursen aus bei den traditionellen Märkten. Jetzt beim Dow Jones, beim Nasdaq und beim S&P 500, auch natürlich für den Euro. Und dann kommt es am Mittwoch darauf an. Wir haben Verbraucherpreisindex, also die VPI-Daten am Mittwoch. Die Prognose liegt hier bei 4,1%. Vorher war es auch schon 4,0%. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ganz ehrlich, ist mir jetzt auch wurscht. Die 4,1% sollten stimmen, also genauso wie dem Monat einfach davor. Schauen wir mal, wie es rausgeht. Man geht davon aus, dass es minimal steigt. Zuletzt waren es 4%, Prognose halt jetzt eben bei 4,1%. Also minimal höher. Schauen wir mal, wie das eintrifft. Wir haben in Deutschland jetzt vor allem schon gesehen, die Inflationsdaten deutlich wieder gestiegen. Hat natürlich hier deutschlandweit natürlich auch wieder mit dem 9-Euro-Ticket vom letzten Jahr zu tun, aber das auf jeden Fall mal ein bisschen im Blick behalten. Und auch, finde ich, die Kernrate. Die Kernrate wird wieder mit 0,4% prognostiziert. Sollte die hier besser ausfallen und wir hier sogar einen Minus kriegen, wäre das ultra bullish, sollte die deutlich, deutlich höher ausfallen, die Kernrate, weil darauf kommt es meines Erachtens nach noch ein bisschen mehr an. Dann kriegen wir eben möglicherweise diesen erhofften Crash oder diese mögliche Korrektur in den traditionellen Märkten. Ich habe aber auch vor kurzem eine interessante Analyse gesehen. Ich weiß gar nicht mal, wo es war. Es war auf jeden Fall irgendwo auf Facebook oder so, dass die Aktienmärkte noch gar nicht so übergekauft sind. Also man muss da vorsichtig sein. Im Gegensatz zur Vergangenheit haben wir auf jeden Fall noch deutliches, deutliches Abpotenzial. Aber die Woche könnte vielleicht ein Rücksetzer kommen. Außerdem, die Erzeugerpreise stehen auch diese Woche an. Die EPI-Kernrate habe ich hier mal nur rausgesucht. Ist für mich auch ein bisschen wichtiger, meines Erachtens nach, weil Kernrate wichtiger ist als einfach die Zahlen. Einfach um zu sehen, wie sich so im Gesamten die ganze Kernrate entwickelt. Und ja, auch hier 0,2% sollte es besser ausfallen. Also das heißt sogar ein Minus oder bessere Quote, dann ist es gut für uns. Und ansonsten, sollte es höher rausfallen, ist das Crash-Risiko oder das Korrektur-Risiko deutlich, deutlich höher. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier hat sich wenig getan. Unsere Long-Position läuft weit... Huch, das wollte ich nicht. Unsere Long-Position läuft weiterhin. Zweiter Take-Profit erreicht. Und wir kommen jetzt in ein Short-Szenario. Ich habe den jetzt ganz, ganz deutlich im Blick. Wir sind hier im Golden Pocket. Wir haben noch etwas Luft und mit Luft meine ich einfach hier diesen Bereich, um dieses kleine Gap, was wir hier noch haben. Also das heißt, auch der Montag könnte nochmal relativ bullisch werden, dass wir möglicherweise sogar hier hoch nochmal ballern. Also zumindest bis zum 0,786er. Aber wir sind jetzt hier im Short-Bereich angekommen. Also Long, zwei Take-Profits erreicht. Top hier von unserer Seite aus. Jetzt schauen wir einfach mal 0,9 bis 1% wäre hier das Short-Potenzial. Das heißt, wir beobachten am Montag ganz, ganz stark die Märkte, ob wir gegebenenfalls erst nochmal diesen Move nach unten hinkriegen und dann die Reise nochmal Richtung 0,786er fortsetzen. Dann hätten wir den ersten Push, den zweiten Push und den dritten Push. Und der dritte Push würde uns dann Richtung 16.300 Punkte bringen. Und dann können wir hier den Stop-Loss über das letzte hochlegen. Und das würde mir persönlich besser gefallen. Also das sind die zwei Szenarien, die ich jetzt für Montag sehe. Montag, Dienstag. Und dann rechne ich aber auch hier erst einmal mit einer Korrektur, bin ich ganz ehrlich. Und dann werden wir das Ding auch shorten. Auch hier mit einem Hedge-Fort fahren. Wir haben 50% der Position von dem Long raus. Und werden dann aber auch hier nur mit 50% der offenen Position hier oben dann einen Short reinwagen. Aber schon mal ein schönes Szenario, dass wir den zweiten Take-Profit auch hier wieder erreicht haben. Also die traditionellen Märkte momentan laufen wirklich sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gehen wir noch rüber zu Gold. Auch hier habe ich eine neue Position aufgemacht. Aber man muss hier vorsichtig sein. Ich habe immer noch die alte Position offen. Dort ist der Entry bei 1934 und habe jetzt aber hier, hier seht ihr, ja, das Signal in Anführungszeichen oder so, mein Risk Management, das nicht, das da. Dass ich hier noch eine Position aufgemacht habe mit einem ersten Take-Profit bei 1930. Hat einfach den Aspekt, ich will einfach die Long-Position nochmal ein bisschen absichern, beziehungsweise hier noch ein bisschen Profite reinnehmen. Man muss aber auch dazu sagen, es ist sehr, sehr riskant. Und wir befinden uns hier auch noch immer noch in den Downtrend. Schöner Close jetzt erstmal auf dem 4-Stunden-Timeframe über dieses Golden Pocket. Aber wir müssen hier wirklich mal ein höheres Hoch kriegen. Und da sind eben die 1930 US-Dollar entscheidend. Erst wenn wir da wirklich nachhaltig rüberkommen, kann ich mir vorstellen, dass der Downtrend beendet ist. Dann nochmal ein Rücksetzer mit einem höheren Tief. Und dann, dass wir auch hier bei Gold eine massive Erholung kriegen. Und das wird dann zustande kommen, wenn vor allem die traditionellen Märkte, die sich jetzt langsam überhitzen, Vorsicht, nur überhitzen, kein Crash-Potenzial, aber die sich jetzt langsam überhitzen, dass dann Gold wieder ein bisschen deutlich, deutlich Stärke findet, meiner Meinung nach. Gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für den Marktausblick. Also ich sage jetzt mal so, Euro, US-Dollar, Short, Dow Jones, SPX, Nasdaq sind insgesamt 4 Shorts in Planung. Plus natürlich noch den DAX-Short, das wären 5 Shorts, die diese Woche in Planung sind. Kann eine erfolgreiche Woche werden, vor allem, weil wir einfach noch die Longs offen haben und damit ein bisschen arbeiten können. Gut, damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, lasst gerne auf jeden Fall ein Like da, kommentiert unten. Was denkt ihr, wird es eine bullische Woche, wird es eine bearische Woche? Wie seht ihr Gold momentan? Würde mich freuen, wenn ihr unten einen Kommentar drinnen da lasst. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Kommt gut oder startet gut die neue Woche. Morgen gibt es dann das nächste Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay critical.